Leute, wie schön ist bitte diese Lippenkombi? Sie hat auch ein Tutorial dazu gepostet und das werden wir jetzt befolgen, denn ich muss diese Lippen haben. Als erstes benutzt sie einen dunklen Nude Lip Liner. Das kommt hin und dann benutzt sie einen hellen Nude Lippenstift. Jetzt kommt der wichtigste Part. Sie benutzt einen roten Metallic Liquid Lipstick. Ich habe leider nur einen Lip Gloss. Ich hoffe, damit wird es auch funktionieren. Das macht sie so in die Mitte. Und sie verteilt das mit so einem fluffigen Pinsel. So sieht das verblendet aus. Ich verstärke jetzt die Mitte noch ein bisschen. Zum Schluss noch mein heiß geliebter Lip Gloss von Essence. Das Ergebnis ist ja mal anders schön. Love it, ihr müsst es unbedingt ausprobieren.